oder Unzucht begangen und dass sie schwanger wurde. Und Musa a.s. hat sich erschrocken, als er das hörte. Das war für ihn so, hat er noch nie gehört, so eine schlimme Sache. Er hat sich erschrocken und er sagte zu ihr, geh hinaus aus meinem Haus, denn ich fürchte, dass Feuer auf uns herabkommt. Das hat so Schlimmes begangen, so war eine schlimme Sache gemacht. Sie ging hinaus und Jibril a.s. kam zu Musa a.s. und sprach, O Musa, Allah der Erhabene, sag dir, warum hast du diese Frau weggeschickt, obwohl diese bereits bereute? Jibril sprach weiter, O Musa, weißt du nicht, wer viel schlimmer ist als diese Frau? Als diese Frau, er sagte, Musa a.s. sagte, gibt es etwas, das noch schlimmer ist als dies? Musa a.s. sagte, gibt es etwas noch Schlimmeres, als dass jemand Unzucht begeht? Und dann noch, dass sie schwanger wird, in Haram, in Verbotenen. Und Jibril a.s. sagte zu ihm ja, er sagte zu ihm derjenige, der absichtlich das Gebet unterlässt. Und Wallahu a'lam, wie stark diese Überlieferung ist, kann sein, dass es auch von den Israeli jetzt ist. Aber auf jeden Fall hat er das Al-Zahabi erwähnt. Und ihr kennt auch den Hadith vom Propheten, der sehr, sehr wichtig ist in diesem Bereich, oder in diesem Vortrag, über dieses Thema, dass der Propheten sagte, dass das Erste, wonach der Diener Allahs am Tag der Auferstehung gefragt wird, oder befragt wird von Allah a.s. wird das Gebet sein. Das zeigt dir die Stufe des Gebets. Allah fragt dich nicht zuerst über dieses und jenes, wie warst du zu deinen Eltern, hast du gefastet, hast du das gemacht, hast du dies und das und das. Nein, nein, nein. Die allererste Frage wird sein, er wird dich fragen nach dem Gebet. Und der Propheten sagte, wenn das Gebet gut ist, so wird das, was danach sein, auch gut sein. Wenn das Gebet schlecht war, so wird alles, was danach sein, auch schlecht sein. Beziehungsweise angenommen und nicht angenommen. Beziehungsweise wenn das Gebet vollständig ist und gut gemacht hast, dann wird alle Fragen, die dir darauf folgen, inshallah, angenehmer sein als diese. Aber wenn es unvollständig und schlecht verrichtet wurde, dann wird es schwerer und schwerer. Und beziehungsweise sogar, vielleicht wirst du danach gar nicht mehr gefragt, wenn du das Gebet ganz unterlassen hast. Und als letztes, und inshallah, ihr wisst natürlich, dass es in dieser Sache eine Meinungsverschiedenheit gibt, bei den Gelehrten. Das erwähnen wir natürlich, weil es ist nun mal so, dass diese ganzen Ayats und Verse im Koran und die Hadithe von Propheten, dass man manche von ihnen sowohl als auch erklären kann, als Gelehrter. Ja, deswegen haben viele Gelehrte und Sahaba denjenigen als Ungläubigen erklärt, der das Gebet gänzlich unterlässt. Und die haben starke Beweise dafür. Und jeder von uns, jeder Mensch, der soll auf Nummer sicher gehen. So wie wenn man Tejara macht, so wie wenn man Handel treibt oder sonst irgendwas, da geht man auf Nummer sicher. Ja, zum Beispiel, ich kenne ja dieses Spiel, was sie machen, Wer wird Millionär? Ja, manchmal, wenn es brenzlig wird, dann sagt er, ich höre auf. Ich nehme lieber so eine kleinere Summe mit, als dass ich nachher alles verliere. Ja, im Allgemeinen. Deswegen soll man auch im Gebet, besonders in dieser Sache, weil das sind alles Kleinigkeiten, das sind uninteressante Sachen. Aber in dieser Sache, du schwebst, bei dieser Meinungsverschiedenheit, schwebst du nur unter einer Sache. Entweder gehst du für alle Ewigkeit in die Hölle, oder du wirst für eine lange Zeit in die Hölle gehen, die Allah kennt. Und dann kommst du irgendwann mal raus. Ja, du bist zwischen diesem und jenem. Und ich weiß nicht, wenn einer gläubig ist und wirklich an die Hölle glaubt, dass er das in Kauf nimmt und absichtlich die Tat macht, beziehungsweise die Pflicht unterlässt, mit der er eine einzige Sekunde oder Minute in die Hölle geht, nee, geht nicht. Der glaubt nicht richtig an die Hölle, oder der weiß gar nicht, was Hölle bedeutet. Ja, und deswegen, sei dir sicher, dass wenn du das Gebet unterlässt, entweder wirst du ewig in der Hölle sein, ein richtiger Ungläubiger, egal wenn du dich Mohammed nennst, egal wie du dich nennst, egal wie du dich gibst, egal wie du aussiehst, dein Bart kannst um deine Füße wickeln, egal wie du aussiehst, du hast, wenn Allah dich als Ungläubiger sieht, dann bist du ungläubig, dann wirst du für alle Ewigkeit in der Hölle bleiben. Oder du bist einer der allerschlimmsten Gläubigen, Muslime, und du wirst für eine bestimmte Frist in der Hölle landen. Möge Allah uns davor bewahren, eine Sekunde in der Hölle zu bleiben. Als letztes, ganz kurz noch, an diejenigen, die die Gebete zu Hause verrichten, an diejenigen, die die Gebete zu Hause verrichten, dass sie auch Allah fürchten sollen. Wofür wurden die Gebetshäuser Allahs gebaut, Subhanallah? Wofür? Wenn man das Gebet zu Hause verrichtet. Und schaut auf die Belohnung, Subhanallah. Und rechne mit dir selbst ab in diese Sache. Der Prophet sagt, dass du ja nie das 27-fache an Belohnungen hast. Und Billahi Aleikum, ich frage euch im Namen Allahs, hier den Einzelnen von euch, stellt euch vor, ihr macht eine Arbeit, einen Job zu Hause. Am Computer, oder die Frau muss nähen, oder eine bestimmte Arbeit, die man zu Hause macht. Und der Chef, dein Chef bietet dir 1000 Euro an, wenn du diese Arbeit zu Hause machst, er bietet dir 1000 Euro an. Für die gleiche Arbeit, für die gleiche Zeit, bietet dir dein Chef das 27-fache an. 27.000 Euro. Aber du musst diese Arbeit in der Firma machen. Ich frage euch im Namen Allahs, würde irgendeiner von euch diese Arbeit dann zu Hause machen? Niemals. Und das ist ein kleines Beispiel. Das Gebet ist, man kann das nicht vergleichen. Unvergleichlich. Deswegen, Allah macht dir ein Riesenangebot, dass dein Gebet das 27-fache an Belohnung ist. Und normalerweise, die Gebete zu Hause sind für die Frau, die zu Hause mit den Kindern ist. Und nicht für den Mann. Abu Huraira, radiallahu anh, überliefert, im Hadith auch bei Sahih Muslim, dass ein Blinder, ein Blinder kam zum Prophet, und sagte zu dem Urgesandte Allah, ich bin blind, und ich habe keinen, der mich zur Moschee führt. Ich kann nicht sehen. Kannst du für mich, alhamdulillah, kannst du für mich einen Ausweg finden, eine Entschuldigung finden, in der Religion, sodass ich das Gebet zu Hause verrichte? Er sagte zu ihm am Anfang kurz, ja. Danach rief er den blinden Mann zurück, und sagte zu ihm, oh du blinder Mann, hörst du den Gebetsruf? Dann sagte er zu ihm, ja, Gesandte Allah. Dann hat er zu ihm gesagt, dann musst du zur Moschee kommen. Ein Blinder, er weiß, er findet den Weg nicht zur Moschee, subhanallah, für ihn ist es Pflicht, zur Moschee zu kommen, wie ist es dann mit dir und mir? Subhanallah. Wir haben Augen, wir haben ein Auto, wir haben Moscheen um uns herum, du hast die Kraft dafür, du kriegst so viel Belohnung, und das Gebet schmeckt auch anders. Du wirst, dass jeder weiß es selbst, das Gebet ist doch nicht gleich, wenn du zu Hause schnell betest, so schnell, schnell, und das Gebet in einer Gemeinschaft, in einer großen Reihe, die Demut ist größer, und stärker, subhanallah, ist unvergleichlich. Und das Gebet, das Gebet, ist nicht mehr. Wir haben uns aber auch mal,